Ohne Zögern kann man bei der Lancia Aurelia von dem wohl formschönsten Design der Automobilschmiede Lancia sprechen. Doch nicht nur das Design der Ganzstahlkarosserie überzeugte bei der Erstvorstellung des Lancia Aurelia 1950 auf dem Turiner Automobilsalon, sondern auch die hochwertige innovative Technik. Zuerst als viertörige Limousine, später während der achtjährigen Bauzeit auch als formschönes Coupé und in unterschiedlichen Motorisierungen. Die Entwicklung des Lancia Aurelia unterlag dem besten Ingenieuren Italiens, zu dem zweifellos Vittorio Llano und sein Mitarbeiter Francesco Di Vigilio gehörten. Aber besonders hob sich die Entwicklungsarbeit Francesco Di Vigilio an dem damals neuartigen 60 Grad V6 Motor in Leichtmetallbauweise hervor. Dieser Motor hatte pro Zylinder für jeden Pleuel einen separaten Hubzapfen an der Kurbelwelle, während bei anderen V-Motoren sich jeweils zwei gegenüberliegende Pleuel einen Hubzapfen teilen. Bereits zwischen 1945 und 1949 wurden mehrere Prototypen-Motoren zu Testzwecken entwickelt. Die ersten vorgestellten Modelle der Aurelia-Serie hatten noch einen 1754-Cubik-Motor. Lanscher entwickelte die bis 1958 gebauten Aurelia-Modelle stetig weiter. Das hier gezeigte Lancia Aurelia B20 Modell aus der vierten Serie besitzt bereits einen 2,5-Liter-Motor mit einer Leistung von 112 PS bei 5300 Umdrehungen in der Minute. Damit erreicht das Coupé eine Höchstgeschwindigkeit von ca. 180 km pro Stunde. Der Lancia Aurelia B20 GT war auch bei Rennfahrern wie Juan Manuel Fangio, Jean Verra und Mike Hawthorne beliebt. Die früher erworbenen Kenntnisse Vittorio Janos zahlten sich aus. Siege auf den Rennstrecken von Le Mans, der Milimilla und der Carrera Panamericana belegen eindrucksvoll die perfekte Performance des Wagens. Die zweitürige Berlinetta-Karosserie entstammt der Feder des italienischen Karossiers Pininfarina. Der formschöne Grand Tourismo vereint alle Attribute eines luxuriösen Reisewagens und eines Supersportwagens. Die bei dem B20 neuartige De Dignon Hinterachse und das serienmäßige Transachselsystem Getriebe und Kupplung an der Hinterachse zeichnet das hervorragende Fahrverhalten des Lancia Aurelia aus. Das Fahrzeug verhält sich in allen Situationen sehr spursicher und kurvenstabil. Der Innenraum ist zwar als Sportwagen konzipiert, bietet aber durch die geräumige Notrücksitzbank durchaus vier Personen Platz. Nicht nur in den 50er Jahren konnte der Lancia Aurelia überzeugen. Der elegante Italiener gehört heute zu den begehrtesten Untimern. Spirulità Spirulità Spirulità